Wenn sie mich dann verunglimpfen in Politik und auch in den Medien und irgendwas über mich auskippen, damit ich bloß den Mund halte, dann kann man das ja offensichtlich gar nicht verhindern. Man kann denen ja nicht mal irgendwie rechtlich beikommen und wenn man das versucht, wird es halt sehr teuer und dann muss man einfach sagen, okay, die Daten sind die Daten, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Die sollen doch da ihre Kinderspiele spielen. Also für mich ist das genauso wie in der Politik noch schlimmer ein Sandkistenverhalten. Wenn der Verdacht besteht, dass ein Arzneimittel über das bekannte wissenschaftliche Maß hinaus schädlich ist, dann muss es natürlich verboten werden, das ist ganz klar. Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Die Tageszeitung Welt sprach von den Horrorzahlen der AfD. T-Online schrieb von Corona-Leugnern und Verschwörungsgläubigen, die über den Zusammenhang zwischen der Impfung und einer erhöhten Sterberate orakelten. Worum ging es? Die AfD hatte am vergangenen Montag, den 12. Dezember, eine Pressekonferenz veranstaltet, in welcher sie die Daten der KBV, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, zur möglichen Nebenwirkung der Corona-Impfung präsentierten und dabei feststellten, dass es im Zuge der Corona-Impfkampagne zu 30 Mal mehr Impfnebenwirkungen im Vergleich zu den vorherigen Jahren kam. Daraufhin kam es erwartungsgemäß zu einem medialen Shitstorm. Sowohl die AfD als auch mein heutiger Gast wurden mit zahlreichen Faktenchecks konfrontiert, die alle belegen sollen, dass die Daten falsch ausgewertet wurden und die Corona-Impfung selbstverständlich sicher und vertrauenswürdig sein. Wie sicher die Corona-Impfung tatsächlich ist und was die Daten der KBV tatsächlich aussagen, möchte ich besprechen mit meinem heutigen Gast, dem Datenanalysten, Buchautor und Informatiker Tom Lausen. Guten Tag, Herr Lausen. Hallo, Herr von Witzleben. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Lausen, auch für Sie. Vielen Dank, dass Sie sich hier heute die Zeit genommen haben, um mit mir dieses Gespräch zu führen. Ja, Herr Lausen, Sie beschäftigen sich jetzt ja nicht erst seit letzter Woche mit den Folgen der Corona-Politik, sondern Sie haben schon während der Pandemie das Online-Register Intensivstation.net ins Leben gerufen, auf welcher man nachlesen kann, wie belastet die Intensivstation wirklich waren oder weiterhin sind. Darüber hinaus haben Sie auch ein Buch geschrieben, das auch gleich ein Spiegel-Bestseller geworden ist, mit dem Titel Die Intensiv-Mafia von den Hirten der Pandemie und ihren Profiten. Das ist vor einem Jahr im Dezember 2021 im Rubicon-Verlag erschienen und seitdem wurden Sie auch mehrfach als Sachverständiger im Gesundheitsausschuss des Bundestages geladen. Ja, und jetzt waren Sie als Experte letzte Woche, vergangenen Montag, den 12. Dezember, bei der Pressekonferenz der AfD geladen. Thema war die Auswertung der KBV-Daten, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Sie, Herr Lausen, haben die Daten von über 72 Millionen Versicherten in Deutschland ausgewertet und das innerhalb von, ich glaube, unter einer Woche. Das haben Sie dann zusammen mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der AfD, Martin Insichert, präsentiert. Das Ganze hatte den Titel Plötzlich und Unerwartet. Herr Lausen, vielleicht zu Beginn, was haben Sie dort eigentlich genau analysiert und zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen? Also ich habe mich erst mal sehr gefreut. Ich habe ja sehr lange schon die Daten im Auge, die letztlich zusammenlaufen bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Ich sage das auch mal, warum diese Daten so interessant sind. Das ist nämlich der absolute Goldstandard. Dieses Wort haben wir ja alle gelernt. Am Anfang der Pandemie gab es ja dieses Wort Goldstandard und dann war alles Goldstandard. In Bezug auf den PCR-Test. Ja, ich vermute, dass das noch an anderen Stellen auch benutzt wurde. Aber beim PCR-Test haben wir es zum ersten Mal gesehen. Und diese Daten sind ja die Daten von den Versicherten, die es in Deutschland, also die gesetzlichen Versicherten, die es in Deutschland gibt. Das ist eine so große Menge an Menschen, dass man sagen kann, wenn man deren Entwicklung oder die Verläufe und Häufigkeiten der Erkrankungen hier verfolgen kann, dann kann man alles sehen, was praktisch für Veränderungen stattgefunden haben. Dafür muss man nicht mal Experte sein. Man muss einfach nur sich die Daten besorgen. Und dann kann man jeden Einzelnen, es gibt ja fast 16.000 Krankheitscodierungen, nenne ich das jetzt mal auf Deutsch. Die nennt man ICD-Codes. Das sind International Codes of Diagnosis. Also ich glaube, das ist jetzt die Übersetzung, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Die gelten international. Also wenn jetzt hier einer Kopfschmerz in Deutschland kodiert, weil jemand beim Arzt war und das macht er auch in Frankreich oder in Amerika, dann ist das dieselbe Kodierung. Das heißt also, diese Daten sind der absolute Goldstandard. Nun ist es so, dass die Ärzte sicherlich unterschiedlich kodieren und dass das nicht immer unbedingt das ist, was auch wirklich vorliegt. Aber es ist das Beste, was wir überhaupt kriegen können. Und insofern war ich natürlich ganz erfreut, als ich diese Daten endlich in die Hände bekam. Es gab ja schon einige Vorläufer. Ich bin ja damals in die Möglichkeit gekommen, die Daten der 11 Millionen BKK-Versicherten anzusehen. Und das war ja schon ein sehr interessanter Anfang. Da hat man sich ja auch gleich drauf gestürzt von allen Seiten und hat die kaputt gemacht, die Daten, weil sie sagen, ja, nee, und die sagen ja gar nichts aus über irgendwas. Keiner wollte was sehen. Dann war drei Monate Ruhe. Dann gab es auf einmal die Mitteilung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dass zweieinhalb Millionen Menschen circa beim Arzt waren und eine Impfnebenwirkung kodiert bekamen. Dann ging das wieder los. Sondern sagt, na ja, aber das kann man ja nicht sagen, wie schwer das ist. Das heißt also, man musste jetzt tatsächlich in die Einzelnen, diejenigen, die also eine Impfnebenwirkungskodierung bekommen haben, musste man eigentlich reingucken und gucken, wie sich deren Historie entwickelt hatte. Also beispielsweise, wenn man jetzt das Thema Gürtelrose mal betrachtet, das ist ja so ein Thema, was immer wieder mal aufkommt, dass Leute sagen, na ja, das könnte ja eine Impfnebenwirkung sein oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Dann kann man in den Daten ja sehen, wenn jetzt eine bestimmte Anzahl an Menschen Gürtelrose jetzt hat und man geht davon aus, sagen wir mal einfach irgendeine Zahl, das sind jetzt, sagen wir 5.000. Ich weiß nicht, ob es 5.000 sind, aber ich sage jetzt mal einfach nur, um das Beispiel zu vervollständigen. Dann kann man ja gucken, ob diese 5.000 das eigentlich schon auch vorher hatten oder ob es vorher nur 2.000 oder 3.000 oder 4.000 waren und jetzt irgendwie ein Anstieg dieser Kodierung da ist. Das kann man versuchen, da rauszulesen und deswegen kann man im Grunde genommen diese Daten als die besten Daten aller Zeiten, die wir haben konnten, identifizieren. Jetzt kommt das Kuriose dabei. Der Gesetzgeber hat vorher beschlossen, dass genau diese ganz hervorragenden Daten dem Paul-Ehrlich-Institut regelmäßig übermittelt werden, damit die auch eine, wenn man schon neue Impfstoffe in den Markt bringt, damit die eine gute Beobachtungsmöglichkeit haben, wie entwickeln sich Krankheitsverläufe der Menschen. Also Häufigkeiten von Erkrankungen tauchen jetzt mehr auf oder weniger. Das heißt also, man hätte quasi in 2021 diese Daten regelmäßig dem Paul-Ehrlich-Institut geben müssen und deren Amtsaufgabe wäre gewesen, das, was ich jetzt mache, zu überprüfen, gibt es da Änderungen in den Auftreten von Häufungen von Erkrankungen oder nicht. Das wäre die Aufwand. Das haben sie nicht gemacht. Ganz einfach. So, das ist das, was jetzt sozusagen erst mal die Ausgangslage ist und nun bekomme ich diese Daten in die Hand. Ich kann jetzt genau das tun, was das Paul-Ehrlich-Institut bis jetzt nicht getan hat und habe das jetzt auch konsequent gemacht mit einem Programm und jetzt können wir sehen, was hier läuft. Über die Rolle des Paul-Ehrlich-Instituts kommen wir gleich noch tiefer gehen zu sprechen. Die KBV hat noch am gleichen Tag ein Statement veröffentlicht, in dem sie gesagt haben, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Impfungen und den Todesfällen besteht. Die Übersterblichkeit in 2021, 2022 sei pandemiebedingt. Wörtlich haben sie geschrieben, ohne die Impfung wäre die Übersterblichkeit wahrscheinlich weit höher gewesen. Auch der KBV-Chef Andreas Gassen hat sich sofort zu Wort gemeldet und hat ihnen vorgeworfen, dass sie in die Zahlen etwas hineininterpretiert haben, was sie einfach nicht hergeben. Herr Lausen, was sagen Sie zu diesen Vorwürfen von oberster Stelle? Also ich sehe da keine Vorwürfe und auch keine Widersprüche. Herr Dr. Gassen hat ja schon, wie Sie das gerade zitiert haben, gesagt, wäre und wahrscheinlich, das sind ja Annahmen, also das sind ja Konjunktive und insofern dürfen Sie ja davon ausgehen, dass dies im Grunde genommen gar nicht belegen können. Also wenn man etwas einfach so sagt, dann könnte man ja eine Begründung anführen und weil er auf den besten Daten Deutschlands oder auch der ganzen Welt in dieser Frage sitzt, wäre es ja ein einfaches gewesen, diejenigen, die gestorben sind und von denen man glaubt, es wäre eine Übersterblichkeit, herauszufiltern, das sind ja auch gesetzlich Versicherte, und dann zu gucken, ob die überhaupt eine Corona-Infektion gehabt haben in der Vergangenheit. Denn wir müssen ja immerhin sagen, es haben ja noch längst nicht alle eine Corona-Infektion gehabt, sondern es sind ja letztendlich irgendwie nur, ich weiß nicht, was es jetzt heute tagesaktuell ist, vielleicht 40 Millionen oder so, ich müsste da jetzt nachgucken, habe ich heute Morgen nicht gemacht, aber das ist ja etwa nur 50 Prozent. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit ist 50-50, dass jemand, der jetzt im Rahmen der Übersterblichkeitsbehauptung pandemiebedingt gestorben ist, an Corona gestorben ist oder an einer Folgeform der Corona-Infektion. Und da kann ich Ihnen sagen, wenn man mit solchen Aussagen gegen Zahlen, die das eigene Institut herausgegeben hat, jetzt auftritt, dann ist das schon sehr dünn. Also wäre und wahrscheinlich, und das kann man ja letztendlich nachprüfen. Dafür sind die Daten ja da. Ja, und das Statement, ohne die Impfung wäre die Übersterblichkeit wahrscheinlich weit höher gewesen. Was sagen Sie dazu, Herr Lausen? Ja, und wenn er das meint, dann soll er das belegen. Also das ist ja wäre wahrscheinlich. Also wenn er es belegen kann, dann soll er das machen. Und wenn nicht, dann kann man das ja eigentlich nur als Glaubenssatz hinnehmen. Also es muss ja irgendwie belegt werden. Und das ist ja immer schwierig, dass man etwas behauptet, es wäre so gekommen, wenn wir nicht das gemacht haben. Wäre ich nicht links abgebogen, ja, dann wäre das und das nicht passiert. Und all sowas, das kann man ja immer irgendwie konstruieren. Aber ich gucke mir ja eigentlich nur die Daten an. Und da kann ich das jetzt so nicht auslesen. Der Mathematiker Christian Schneider hat auch mit T-Online ein Interview geführt, dem Thema betreffend, und hat dort ausgeführt, dass er die Langzeitfolgen von Corona wahrscheinlicher für den Anstieg hält als die Corona-Impfungen. Auch hierbei werden Sie die Frage wieder gleich beantworten, Herr Lausend. Reine Spekulation, richtig? Ich weiß gar nicht, auf welcher Datengrundlage er solche Behauptungen aufstellt, aber kann er ja gerne sagen. Es ist ja nicht verboten. Ja, jetzt lassen Sie uns auch gerne noch über die Rolle des PEI, des Paul-Ehrlich-Instituts, zu sprechen kommen. Die originäre Aufgabe des Paul-Ehrlich-Instituts wäre es ja eigentlich, die Daten der KBV, die Sie jetzt ausgewertet haben. Das fällt eigentlich in den Aufgabenbereich des Paul-Ehrlich-Instituts. Warum ist da bisher noch nichts veröffentlicht worden, Herr Lausend? Oh, da sind Sie jetzt bei mir an der falschen Adresse. Müssen Sie mal im PEI nachfragen, also im Paul-Ehrlich-Institut. Es ist die originäre Amtsaufgabe, solche Nebenwirkungen oder irgendwelche Meldungen, Erkrankungen und so weiter statistisch zu interpretieren. Das ist die originäre Aufgabe des Paul-Ehrlich-Instituts im Rahmen der Impfstoff- oder Arzneimittelsicherheit. Also die versuchen quasi immer irgendwie zu sagen, anhand von Meldungen, die wir bekommen haben, ja, also das korreliert mit den Impfterminen zum Beispiel, aber diese Erkrankung wäre vielleicht auch gekommen, wenn der nicht geimpft worden wäre. Also die versuchen halt mit Zahlen entweder das eine oder das andere zu belegen. Und wenn Sie aber gar keine richtigen Zahlen haben, die Sie haben müssten, laut Gesetzgeber, dann wird das natürlich nichts. Das heißt also, Sie können Ihrer originären Amtsaufgabe gar nicht nachkommen. Also Sie sind eingesetzt, um statistisch zu interpretieren, ob es hier ein Problem und eine Häufung gibt, haben aber die Daten nicht und können es dann auch nicht. Das ist ganz einfach. Sie sind dann angewiesen auf die Meldungen, die die Leute selber sozusagen herantragen, also Ärzte, Gesundheitsämter oder die Menschen selber, die Probleme gehabt haben. Darauf sind die dann angewiesen. Und wenn die, und wir wissen alle, da gibt es eine Untererfassung und interessanterweise glaubt nicht nur ich das, dass es eine Untererfassung gibt, sondern der Gesetzgeber selber hat es ins Gesetz, in den Entwurf geschrieben, dass er weiß, dass es eine Untererhebung von Impfnebenwirkungen beim Paul-Ehrlich-Institut quasi traditionell gibt. Das steht im Gesetzesentwurf selbst drin. Und deswegen hat man ihm ja gesagt, pass auf, liebes Paul-Ehrlich-Institut, wir ändern das Gesetz so, dass du, liebes Paul-Ehrlich-Instituts, Zusatzdaten bei dieser neuartigen Impfung bekommst. Denn wir haben ja eine neue Plattform, auf der wir diese Impfstoffbasis machen. Und sie schreiben selber, dass sie auch die klinischen Studien der Hersteller, Phase 1 bis 3, dass die nicht ausreichend sind, um Langzeitwirkungen dieser Impfstoffe zu beurteilen. Und deswegen sind diese Daten jetzt so wichtig. Und das wollten sie auch gleich nach Impfstart machen. Jetzt sind zwei Jahre rum. Also das ist natürlich keine Impfstoffsicherheitsbegleitung. Eine Begleitung wäre ja, wenn man es parallel macht und nicht, wenn man zwei Jahre rückwärts, und jetzt haben sie ja ein Statement rausgegeben, dass eine Studie Ende 2023 oder 2023 rauskommt. Also wenn sie ein neuartiges Medikament einführen und sie nicht wissen genau, was es macht, sie hoffen nur, dass irgendwie nicht zu viele Meldungen kommen und sie wissen aber, es ist eine Untererfassung da draußen, sie wissen also das Geschehen nicht ganz genau, die Daten, die sie kriegen können, haben sie nicht. Und drei Jahre später legt sich das auf den Tisch offen, das vielleicht doch viel mehr war, als sie zwischendurch gemeldet bekommen haben. Dann stellt sich heraus, dass ihre eigentliche Amtsaufgabe nicht richtig erfüllt wurde. Lassen Sie uns auch noch auf ein weiteres Institut zu sprechen kommen, nämlich das ZI, das Zentralinstitut für Kassenärztliche Versorgung. Die hatten ausgeführt, auch in einem offiziellen Statement, dass die Aufregung um die möglicherweise gestiegenen Todesfälle 2021 jeglicher Grundlage entbehrt und hatten weiterhin dargelegt, der Übersterblichkeit betreffend, dass es sich hier lediglich um einen Fehler bei der Eingabe oder der Übertragung der Daten handeln könnte. Das Ganze sei auf den sogenannten Kohorteneffekt zurückzuführen. Herr Lausen, können Sie einmal für unsere Zuhörer erklären, was hat es mit diesem Kohorteneffekt auf sich und für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es sich dabei lediglich, wenn wir jetzt die Übersterblichkeit betrachten, um einen Fehler bei der Eingabe oder der Datenübertragung handeln könnte? Naja, also diese Diskussion, die jetzt, ich sage jetzt mal vom Gewicht her, zehn Elefanten und ich bin die kleine Maus, Ich habe jetzt einfach die Daten, die ich bekommen habe von offizieller Stelle der KBV, die habe ich ausgewertet. Ich habe sie so ausgewertet, wie sie verfügbar sind. Die Zahlen sind quasi in Säulendiagramme umgesetzt worden und jetzt sind zehn Elefanten auf die Maus gesprungen und haben versucht, diese Maus zu fangen. Das mag auch alles eine gute Idee sein, aber jetzt sich zu verstricken in diesen Erklärungen, dass man jetzt irgendwie erklärt, was die jetzt aufgebracht haben, ich kann Ihnen sagen, ich habe dazu Statements geschrieben, ich habe das auch ans ZI geschrieben und es gibt da rege Diskussionen, aber diese Diskussionen werden wir mit Ihren Zuschauern und Zuhörern, werden wir die nicht zu Ende führen können, sodass das eine befriedigende Erklärung gibt. Was viel interessanter ist, ist, dass das ZI quasi nebenbei durch seine Art der Interpretation dieses Sachverhalts bestätigt hat, dass diese Daten der Goldstandard für die Erkrankungen der Leute sind, die Impfnebenwirkungen hatten und auch der, die keine vom Arzt festgestellten Impfnebenwirkungen hatten. Denn mit dieser Erläuterung des ZIs müssten wir uns nämlich jetzt die Häufungen von Erkrankungen angucken, zum Beispiel Herzmuskelentzündung, also Myokarditis, ist zum Beispiel in einem signifikanten Maße eben nicht im ersten Quartal, sondern erst im dritten Quartal 2021 gestiegen. Und wir haben in den letzten beiden Quartalen von 2021 tatsächlich und in dem ersten 2022 haben wir über 30.000 mehr Herzmuskelentzündungen als tatsächlich zu erwarten gewesen wären bei einem vernünftigen, normalen Verlauf. Das hat das ZI quasi jetzt mitbestätigt. Und insofern muss man jetzt diese Diskussion hier mit den unerwarteten Todesfällen, die muss man jetzt erst mal abwarten und gucken, was da jetzt noch daraus kommt. Aber das jetzt hier zu diskutieren, hilft uns nicht. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt um die Erkrankung kümmern. Und ich finde, Herzmuskelentzündungen in dieser Größenordnung, die sind nicht beim Paul-Ehrlich-Institut angekommen. Da stehen nämlich aktuell in dem aktuellen Sicherheitsbericht nur 2.128. Daran sehen Sie, dass diese Anzahl der Fallsteigerung durchaus untersucht werden muss. Und das ist genau das Gleiche wie bei den Todesfällen. Und jetzt haben Sie aber bestätigt, dass genau diese Zahlen jetzt aber daraus kommen müssen. Und dann sehen wir Zahlen bei der Myokarditis oder bei der Herzmuskelentzündung, die wir so nicht erwartet haben. Und ich nehme an, dass es in 2022 noch so weitergeht. Wir haben ja nur das erste Quartal. Wir werden die Daten weiter anfragen. Und insofern sage ich Ihnen ganz klar, bitte lassen Sie uns auf die Häufungen von Erkrankungen gucken, damit das Paul-Ehrlich-Institut jetzt hier nicht sich in Sicherheit wiegen kann, nichts mehr zu untersuchen. Sondern Sie müssen diese Daten untersuchen. Jetzt, nachdem das ZI gesagt hat, diese Daten sind wirklich nur dafür geeignet, zu gucken, was ist den Leuten passiert, die 2021 quasi beim Arzt waren. Und wenn es denn so sein sollte, dann haben wir ein Problem. Wie erklären Sie sich denn, dass die Einrichtungen wie das Paul-Ehrlich-Institut oder auch das ZI, die KBV, scheinbar gar kein Interesse haben an einer Aufklärung dieser ungewöhnlichen, hohen Impfnebenwirkung? Ist da Stecken, die, ich sage jetzt mal etwas provokativ, machen die gemeinsame Sache mit dem Staat, der ja scheinbar auch kein Interesse hat? Oder ist das auf andere Faktoren zurückzuführen, Herr Lausen? Naja, also ich finde, das ist jetzt mal Ihre Aufgabe. Sie sind die Journalisten. Und ich finde, das müssten Sie aufdecken. Also ob da irgendwas ist, ist mir ja insofern egal, als dass ich mir eigentlich ja nur die Zahlen angucke. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, dann kann ich die Zahlen zum, ich habe die von meinem Anwalt zum Paul-Ehrlich-Institut tragen lassen. Und damit ist es offiziell übergeben. Und diese Übergabe ist dokumentiert worden und gefilmt worden. Und damit kann man definitiv eine Sache festhalten. Die Daten sind da. Und was die untereinander machen, nicht machen, und ob das in irgendeiner Weise irgendwie zu bewerten ist, das ist eine journalistische Aufgabe aus meiner Sicht. Und das müssen Sie machen. Ja, dann werde ich mich mal gleich nach dem Interview an die Recherche machen. Herr Lausen, Sie haben auch eine Seite programmiert, die trägt das Kürzel Cori, steht für Corona-Impfschadenhilfe. Was genau erfassen Sie auf dieser Seite? Also die Seite ist dafür gedacht, dass eine große Anzahl an Behandlern, also Ärzte, Therapeuten aus allen möglichen Bereichen, sich quasi jetzt zusammengeschlossen haben, um denjenigen zu helfen, die vermeintlich oder auch sicher Impfnebenwirkungen haben. Die können sich dort anmelden, denn Sie haben ja die Berichterstattung gehört. Da gab es diese Marburger Klinik für Impfgeschädigte. Also die nennen das ja Post-Vac-Syndrom, die Leute und Post-Covid und Long-Covid und so weiter. Und diese Leute, die also insbesondere in der Vermutung sind, dass sie einen Impfschaden haben, die können sich dorthin wenden und können dort ihre Erfahrung mit der Impfung schildern. Und wenn Sie das getan haben und um Hilfe suchen, dann wird Ihnen von medizinischem Personal, so ist es programmiert, einen Behandler angeboten und an den können Sie sich dann wenden in Ihrem Rahmen, also in Ihrem Landkreis oder je nachdem, ob ein Behandler da ist. Da sind einige hundert Behandler bereits eingetragen und es werden regelmäßig mehr. Ja, und das ist ja für die Leute nicht relativ einfach. Also wir haben dort natürlich, wenn jetzt die Problematik auftaucht, Sie gehen zum Arzt mit einer Impfschädigung, dann haben wir eigentlich immer so diese Verquickung zwischen der Arzt hat einerseits geimpft und ist in dem guten Glauben gewesen, weil das Paul-Ehrlich-Institut nichts anderes gesagt hat, die Impfung kann gar keine Nebenwirkungen erzeugen. Das hat ja auch Karl Lauterbach gesagt. Dann ist der Arzt natürlich ganz häufig geneigt zu sagen, na ja, das ist vielleicht so ein seltenes Ereignis, wenn jetzt hier ein Patient auftaucht, dass ich erst mal sagen muss, das kommt nicht von der Impfung. Das ist ja quasi der reflexartige Fall. Und das heißt, die Patienten, die wirklich Störungen haben, also irgendwelche Probleme mit dem Herzen oder Entzündungen oder sonst was, die man vielleicht nicht unbedingt gleich orten kann, dann wird es von den Ärzten eben nicht unbedingt gleich so eingestuft. Und hier diese Behandler haben sich jetzt gemeldet, weil sie sagen, wir sind sensibilisiert für dieses Problem und wir gehen davon aus, dass der Patient zunächst einmal selbst über sich selbst am besten Bescheid weiß und eine Idee hat, ist das jetzt von der Impfung oder nicht. Und so behandeln wir den auch. Also der wird nicht abgewiesen so von wegen, das kommt nicht von der Impfung und sie markieren ja nur. Das hörte man ja auch in der Vergangenheit vielfach. Und deswegen sollte man sich da an dieses Portal wenden, damit die Leute dann eine Vermittlung kriegen zu einem Behandler. Ja, die AfD und der gesundheitspolitische Sprecher Martin Sichert, mit dem sie gemeinsam die Pressekonferenz gehalten haben, hat am Ende betont, dass die AfD nun eine Aussetzung der Impfung, der Impfkampagne fordert, erfordert, Entschuldigung, schließen Sie sich dem an, Herr Lausen, fordern Sie auch in Anbetracht dieser Datenlage, die Sie ausgewertet haben, ein sofortiges Aussetzen der Impfung? Soweit ich das überblicken kann, ist das nach dem Gesetz erforderlich. Also insofern ist das keine Forderung, sondern das ist einfach nur ein Hinweis auf die Gesetzeslage. Denn wenn der Verdacht besteht, dass ein, und so steht es im Arzneimittelgesetz, an verschiedenen Stellen, aber wenn der Verdacht besteht, dass ein Arzneimittel über das bekannte wissenschaftliche Maß hinaus schädlich ist, dann muss es natürlich verboten werden. Das ist ganz klar. Und da reicht schon der Verdacht aus. Also es ist nicht so, wie viele immer behaupten, das muss ein Beweis von irgendeiner Seite kommen. Nein, der Verdacht reicht aus. Und das ist auch richtig, weil wenn man nur den Verdacht hat, dann werden die Dinge normalerweise vom Markt genommen, um das genauer zu überprüfen. Und das ist im Grunde nur eine gesetzliche Frage. Also es ist eine gesetzliche Forderung. Und wenn man keinen Verdacht hat, also ich sage mal so, wir haben ja alleine 3000 Verdachtstodesfälle beim PAI. Die sind ja gemeldet. 3000 Todesfälle, die als Verdachtstodesfälle gelten. Und da ist der Verdacht ja schon da. Also versuchen die ja nur statistisch zu interpretieren und sagen, ja, das reicht aber nicht. Und damit wird es halt schwierig. Das heißt also, im Grunde genommen, das Gesetz sagt, wenn der Verdacht da ist, der Verdacht triggert das Verbot. Einfach gesagt. Es gibt auch noch ein anderes, weiteres wichtiges Gesetz, das erst dazu geführt hat, dass sie überhaupt an die Daten herangekommen sind. Das ist das Informationsfreiheitsgesetz. Die AfD hatte ja im Vorhinein auch schon direkt bei der KBV angefragt, aber keine Antwort bekommen. Erst über die Seite fragt den Staat, sind sie dann an die Daten gekommen? Für wie relevant halten sie denn dieses Informationsfreiheitsgesetz? Und wie glauben Sie auch, dass wir weiterhin auf dieses Gesetz angewiesen sein werden, um in dieser Form Aufklärung zu betreiben, wie Sie das jetzt in Zusammenarbeit mit der AfD gemacht haben, Herr Lausen? Ja, also das Informationsfreiheitsgesetz ist quasi pure Demokratie. Das bedeutet, dass man als Bürger, jeder Bürger, auch Lieschen Müller mit Katze Trude, kann sich hinsetzen und sagen, ich hätte gerne die Zahlen, die amtlich erhoben werden. Das ist ja eine amtliche Erhebung. Alles, was amtlich erhoben wird, kann auch Lieschen Müller mit Katze Trude abfragen, mit einer ganz einfachen E-Mail. Man muss sich die Institution raussuchen und kann sagen, bitte geben Sie mir alle Informationen zu den Versicherten, die amtlich quasi erhoben werden und verarbeitet werden, anonymisiert und schicken Sie mir die zu. Und so ist es ja auch gewesen. So, wenn Sie dieses, also auch, Sie können auch beispielsweise, wenn irgendeine Behörde behauptet, ja, wir können Ihnen das jetzt gerade nicht beantworten, weil wir mit dem Bundesdatenschützer, also dem Bundesamt für Datenschutz, gerade in Kontakt sind, dann können Sie die auch fragen, okay, ich stelle eine Informationsfreiheitsanfrage, bitte nennen Sie mir das Aktenzeichen zwischen Ihnen und der Bundesdatenschutzbehörde und dann müssen Sie das rausgeben. Es ist quasi, dass die Verhinderung von Willkür zwischen Behörden und von Behörden. Und wenn dieses Gesetz mal verändert oder verschlechtert wird, dann ist das das Ende der Demokratie. Die Demokratie lebt nur wegen dieses Gesetzes. Also das ist der wichtigste Baustein, dass man immer erfragen kann und die Behörden verpflichtet sind, die Informationen rauszugeben, die amtlich sind. Und wie gesagt, jeder kann eine E-Mail schreiben und ich fordere auch nachdrücklich jeden auf, darin zu lernen und die Behörden anzufragen. Also beispielsweise hat mir auch, ich kriege ja ganz viele E-Mails und dann hat mir einer geschrieben, Herr Lausen, wie ist denn das mit den Rettungseinsätzen? Man hört aus Berlin, da sind so viele Rettungseinsätze mit Notarztwagen. Und da habe ich gesagt, es tut mir leid, ich schaffe es nicht, ich habe davon gehört, machen Sie selbst Ihre Frage. Dann hat der tatsächlich die Landräte und die Gemeinden und auch die Bundesländer angefragt, Landesgesundheitsamt und keine Ahnung, was der alles angefragt hat. Und zwei Wochen später oder sogar drei Wochen später kam der mit einer unendlichen Zahl an Landkreisen an, wo die Einsätze, die Rettungseinsätze gestiegen waren. Sogar mit Altersgruppen, was die Rettungseinsätze für Patienten quasi in welchen Altersgruppen, die die befördert haben, die Anstiege und so weiter. Und es waren tatsächlich massive Anstiege bis zu, ich glaube, 50, 60 Prozent dabei. Und ich finde es ganz hervorragend. Das sollte jeder machen. Ja, das heißt, wir haben mit diesem Gesetz nicht nur wir Journalisten, sondern jeder einfache Bürger die Möglichkeit, an relevante Informationen zu kommen. Lassen Sie uns noch einen Blick auf Ihre Zusammenarbeit mit der AfD, beziehungsweise Sie wurden ja als Experte, als Datenanalyst von der AfD eingeladen, in, ich sag mal, Maßnahmen, kritischen Kreisen, wurde auch darüber gesprochen, ob es jetzt strategisch wirklich richtig war, dass die AfD nun diese Zahlen veröffentlicht hat. Da man ja dann gleich immer, das sieht man dann ja auch, wie die Leitmedien im Nachhinein darüber berichtet haben, die AfD als rechts geframed haben und somit die Datensätze ins Unglaubwürdige ziehen. Das heißt, meine Frage an Sie, Herr Lausen, halten Sie es für, oder auch im Nachhinein betrachtet, als richtig, dass Sie diese Arbeit gemeinsam mit der AfD veröffentlicht haben? Also, ich kann Ihnen dazu gar nichts sagen. Ich hätte das auch mit den Grünen gemacht und ich hätte es auch mit der Linken gemacht und ich hätte es auch mit der SPD und mit der CDU und es gibt noch andere Parteien. FDP, hätte ich es auch gemacht. Ich war mal Mitglied in der FDP und bin da aber ausgetreten. Ehrlich gesagt, ich bin inzwischen völlig unpolitisch und die Dinge, die sich die Leute da an den Kopf werfen, haben ja nichts mit vernünftiger Arbeit zu tun. Im Bundestag wird ja auch nur noch geflucht, gewettert und diskreditiert. Also, das ist ja nicht meine Idee. Es ist politisch, auf diese Weise muss es wohl so sein, das nur noch verleumdet, verhetzt und verärgert wird. Ich würde mir eine Sachdiskussion wünschen, mit der mache ich das und ich bin Datenbeschauer, würde ich jetzt mal sagen, und gucke mir Daten an. Und die sind nicht so frech. Also, die sind auch nicht politisch. Die sind einfach da und ich gucke sie mir an, ich zeige sie anderen und wenn die sie nicht sehen wollen und dann mich anschreien und mich als sonst was bezeichnen, dann kann ich den Leuten ja nicht helfen. Irgendwann müssen sie sich die Daten angucken und dann ist es halt so. Sie hatten ja auch am Ende der Pressekonferenz in die Runde gefragt, wer denn von den öffentlich-rechtlichen Medien dabei ist. Dabei ging, ich glaube, keine einzige Hand hoch. Trotzdem haben sich dann am nächsten Tag zahlreiche Artikel über Sie und Ihre Arbeit mit der AfD gefunden. Also, wie bewerten Sie denn die Arbeit der Medien jetzt auch gerade bezüglich Ihrer Auswertung der Daten betreffend, Herr Lauden? Naja, also, es besteht ja offensichtlich nicht der Wille, sich mit den Daten auseinanderzusetzen. Das war ja schon in der Pressekonferenz zu sehen. Heimlich sitzen sie dann doch irgendwie am Bildschirm und gucken sich das dann live an, damit sie sich da irgendwie nicht dazugesellen. Das ist ja diese, diese Krux hört ja nicht auf. Also, das ist ja im Grunde genommen eine kindliche Weltsicht, die diese ganzen Leute auch in den Medien teilen. Die denken einfach, sie könnten das so machen und im Moment können sie das wohl so machen und wenn sie mich dann verunglimpfen in Politik und auch in den Medien und irgendwas über mich auskippen, damit ich bloß den Mund halte, dann kann man das ja offensichtlich gar nicht verhindern. Man kann denen ja nicht mal irgendwie rechtlich beikommen und wenn man das versucht, wird es halt sehr teuer und dann muss man einfach sagen, okay, die Daten sind die Daten, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Die sollen doch da ihre Kinderspiele spielen. Also, für mich ist das genauso wie in der Politik noch schlimmer ein Sandkistenverhalten. Und ich kann nur appellieren an all diese Menschen, die sind ja, es ist ja schon eine Frage, wenn man eine chemische Substanz, die in Windeseile quasi zusammengeführt wurde und wenn man sich das Buch von Ugo Sahin mal durchliest, wie er auf den Weg gekommen ist, diese Impfstoffe herzustellen, dann muss man sagen, da hat man nicht besonders viel Vertrauen, wenn man sein eigenes Buch liest. Lesen Sie alle mal Projekt Lightspeed. Also wirklich, auch wenn Sie den vielleicht nicht mögen oder vielleicht mögen Sie ihn. Lesen Sie dieses Buch und dann sehen Sie, was für eine Art von Herstellungsprozess sich da offenbart. Wie unwissend man in diese ganzen Sachen gegangen ist und dass man das da auch noch ausführt. Das ist also eine Selbstentlarvung sondergleichen. Und wenn man dann so eine chemische Flüssigkeit hat und alle verteidigen die, obwohl wir Millionen von Infektionen haben, seit der Booster auf dem Markt ist und auch die Bundeswehr eine doppelt so hohe Inzidenz hat, seit die geboostert sind, diese ganzen Leute. Wenn Sie das trotzdem weiter verteidigen, dann kann ich ja nur sagen, niemand will die Daten sehen, sondern Sie wollen alle dann glauben, dass das eine tolle Sache ist. Und dann kann ich denen das ja nicht wegnehmen. Ich kann mir die Daten angucken, ich kann es bewerten. Wenn die anderen die Daten angucken und es anders bewerten, ist das ja deren Sache. Das können Sie ja gerne machen. Ja, Herr Lausend, lassen Sie uns gerne zum Abschluss unseres Gesprächs kommen und noch einen Blick in die Zukunft werfen. Ich vermute mal, dass auch Ihre Intention war, mit der Veröffentlichung der Daten einen Stein ins Rollen zu bringen, eine öffentliche Debatte in den Leitmedien zu forcieren. Wie blicken Sie denn jetzt gerade in Anbetracht der Lage, in der wir uns befinden? Der mediale Fokus ist ja zunehmend auf die sogenannten multiplen Krisen. Jetzt, wir reden wenig über die Corona-Impfnehmwirkung und mehr über Energiekrise, Inflation, Dritte Weltkriegsgefahr etc. Also glauben Sie, dass man sich an dieses heikle Thema noch mal heranwagen wird? Oder wird das so im Zuge dieser ganzen Krise so ein bisschen untergehen? Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass ich komplett unpolitisch bin und dass ich mir das zwar anschaue, was geschieht, also ich bin nicht naiv, aber ich bin unpolitisch und ich glaube sowieso, dass man das einfach zur Kenntnis nehmen muss, wer da regiert und was die für komische Sachen sagen. Das ist ja nun mittlerweile auch gegen mich persönlich namentlich im Bundestag geschehen. Ob Corona noch mal wieder auftaucht in der Diskussion oder nicht, weiß ich nicht. Meine Intention war nicht, eine Diskussion in den Leitmedien anzustoßen. Meine einzige Intention, die ich auch verfolgt habe, war, dass das Paul-Ehrlich-Institut die Daten, die sie von Gesetzes wegen bekommen müssten und nicht bekommen haben, dass sie die jetzt endlich untersuchen. Ich hatte nur eine ganz kleine Idee und was da in den Medien losgetreten wird und im Bundestag. Naja, das können Sie ja mal selber angucken. Das spricht ja für sich. Und es spricht nicht für sehr hohes Niveau. Also das ist eher ein Niveau, das ganz niedrig ist. Herr Lausen, ich weiß es sehr zu schätzen, Ihre Arbeit. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit heute und wünsche Ihnen jetzt alles Gute. Machen Sie es gut. Haben Sie eine angenehme Weihnachtszeit mit Ihrer Familie. Lassen Sie es gut gehen und bis bald. Danke. Liebe Community, auch euch. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Gespräch hier auf meinem Kanal. Ciao.